Hallo Freunde, willkommen zu diesem Video. Heute will ich eine Bratwurst machen. Die Woche geht so. Vor drei, vier Jahren habe ich eine Bratwurst gemacht, weil ich eine Bratwurst mache. Da ist die Frage, was in der Nähe soll. Und ich möchte ein gutes Knusprerchen machen. Bevor ich starte, nehmen wir zuerst einmal Öl innen. Und die Zeichnung Öl innen. Öl innen. Öl innen. Und Öl. Das ist auch so. So ein Blumenöl. Aber nicht so eine Blumenöl, die ich noch nie abbrechen habe. Öl. Okay. So klingt das schön. Jetzt einfach schnell wie ich das mache. Okay, bevor. Jetzt einfach so schnell. Und jetzt. Vorfeln, das jetzt. Was ist das? Was ist mir das zu sagen? Was ist das ganz wichtig? Ich habe ja schon noch für die Reihenfolge gemacht. So, ein bisschen klasse. Ich lege das schön an. So, das ist schön. Und dann noch mal. Eher. So, das ist ja schon. So, das ist jetzt schon passiert. So, das ist ja schon. Jetzt auch die Kohle, die wir nicht haben, und das ist nun für die Kralle, die wir probieren. so wir haben einfach gerne die ich in das hier das das Cell und der Reise die sie kann das denn warm und dann ist es Ich nehme die Wurst und einfach schalte die da schon nachfahre, dann fahre ich es nicht. So, ich nehme die Wurst und einfach schalte die da schon nachfahre. Die Wurst und einfach schalte die sich in Schla знать und schalte das Blumen. So, ich nehme die Wurst und ein Schlauch, dann noch schalte die Wurst und sieben die Wurst und ich nehme die Wurst. Ich nehme die Wurst und sieben die Wurst und sieben die Wurst. Ich neige die Wurst und sieben die Wurst. Und das ist mein Name. Vielen Dank. 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 Badır. Ich bin froh. Ja, ich bin froh. Aber ich bin froh. Das ist schön. Ich bin froh. Ich bin froh. Damit ich danke Ihnen. Vielen Dank. 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 Wow. 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 Sollte Was ist das? Klaas, neig doch! Ja, ich weiß nicht, dass wir nicht so alt sind. Von einem Brot hin, von einem Brot. Ich möchte einen von einem Brötchen. Ich muss auch noch knackt Brot haben. Und für die, wo du alles bist. Ich wüsste es gar nicht.